Hey Leute, willkommen zurück hier zu einer brandneuen Mod-Verstellung hier auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch wohl die aller knuffigste Mod, die es wohl für Minecraft gibt. Und zwar ist es hier eine wunderbare Hundemodifikation, die viele coole neue verschiedene Hundearten und hier in Minecraft hinzufügt. Des Weiteren schauen wir uns noch einen anderen Mod an, die viele coole neue Funktionen für Hunde freischaltet. Ihr könnt eure Hunde beispielsweise ein wenig streicheln und sie so wieder aufheilen. Oder ihnen hier auch durch verschiedenste coole Näpfe, die es übrigens in allen Farben gibt, endlich mal richtig was zu fressen geben, wo sie dann auch automatisch was zu fressen können. Des Weiteren können eure Hunde auch seit neuestem für euch Items transportieren. Und vieles, vieles mehr. Ich würde sagen, wir labern gar nicht, schlagen wir alles in Breite mal rum und legen direkt los. So, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt auch mal direkt an. Ihr seht schon, es gibt viele verschiedene Hunde hier. Zum Beispiel einen wunderbaren Chihuahua, dann haben wir hier noch einen goldenen Rotweiler. Dann haben wir noch hier einen wunderbaren Husky. Dann haben wir natürlich den ganz normalen Wolf, wie man ihn kennt. Und dann haben wir hier noch einen kleinen Mops, der wirklich mega süß aussieht, wie ich finde. Und noch einen deutschen Schäferhund. Und das sind alles Hunde, die können hier in der freien Wildbahn ganz normal vorkommen. Das heißt, sie spawnen einfach irgendwo. Und dann müsst ihr die, wie alle anderen Hunde oder Wölfe besser gesagt, auch erstmal zähmen mit einem Knochen. Und dann könnt ihr die einfach zähmen. Ich glaube, man kennt das. Wir gehen hier hin. Wir müssen hier kurz ein paar Mal klicken, bis er dann gezähmt wurde. Und dann gehört er uns. Wir können ihn hinsetzen. Und dann liebt uns der Hund. Und er ist jetzt unser Freund und Treuerbegleiter hier in unserem Minecraft-Abenteuer. Was jetzt neu ist, ist halt, dass wir nicht nur eine Hunderasse haben, sondern viele verschiedene, die alle unterschiedlich coole Designs haben. Man kann die Halsbänder natürlich hier, die bei dem normalen Hund auch verfärben. Und man kann alle Hunde mit einer weiteren Mod, und zwar ist das die Pet-Your-Dog-Mod, können wir hier mit P einfach streicheln. Und das gefällt dem Hund, glaube ich, sehr gut. Denn nach einer gewissen Zeit kommen hier ein paar Herzen auf. Das heißt, so können wir unseren Hund manuell auch nochmal auffallen, ohne ihm direkt Essen geben zu müssen. Was wirklich mega cool ist. Nur mal kurz zu zeigen, dass es hier funktioniert. Wir haben hier vorne ein Schaf. Wir gehen hier hin. Ich mache mal kurz meinen ganzen Hund hier mal los. Dann können wir uns das mal hier anschauen. Alle Hunde in Aktion. Keine Ahnung, hier vorne ist jetzt unser wunderbarer Mitspieler. Den hitten wir jetzt hier. Und jetzt gehen, wie man es kennt, alle Hunde auf das Objekt, was man geschlagen hat, drauf los. Ich finde gerade hier mit den Chihuahuas ist das unglaublich witzig, wie das hier aussieht. Und auf jeden Fall mega witzig. Wenn jetzt Leute, ja was sagt Leute hier, wenn Hunde verletzt werden, könntet ihr die hier mit dem Hundeknochen oder mit den Hundesüßigkeiten hier füttern. Dann werden die nochmal extra geheilt. Auf jeden Fall mega witzig. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt hier direkt mal den nächsten Hundemod an. Da die hier wirklich unglaublich cool ist mit vielen neuen Modellen, aber jetzt nicht so viele Funktionen hinzufügt, habe ich jetzt hier für das Video noch eine zweite Modifikation ausgewählt. Aber diese Modifikation gibt es nur für die 1.15 und diese Mod nur für die 1.14. Ich hoffe, dass dann halt jeweils die Updates kommen, dass man beide Mods zusammenspielen kann. Ansonsten wäre das halt ziemlich doof. Aber schauen wir uns den nächsten Mod einfach mal an. Dann, Leute, ich habe gerade die Welt hier gewechselt und zwar schauen wir uns jetzt hier die Improved Wolfesmod an. Das ist ein wirklich mega coole Mod hier von Mr.Crayfish für die 1.15. Und wie ihr schon sehen könnt, gibt es hier einiges an neuen Blöcken. Und zwar sind das hier Futternäpfe. Und diese Futternäpfe gibt es natürlich hier, wie man es kennt, in allen verschiedenen Minecraft-Farben. Was auf jeden Fall mega cool ist. Und dieser Mod fügt verschiedenste coole neue Funktionen hinzu, die wir uns jetzt hier anschauen werden. Unter anderem können wir dem Hund verschiedene Befehle geben und vieles, vieles, vieles mehr. So, jetzt müssen wir erstmal hier die Kiste aufmachen. Das heißt, wir brauchen erstmal natürlich einen Hund. Dann holen wir ja gerade die ganzen Kram hier raus. Und wir brauchen noch einen Name Tag. Den habe ich ganz vergessen. Der ist natürlich am allerwichtigsten. Denn wir müssen unseren Hund natürlich erstmal benennen. Das heißt, wir spawnen einen Wolf. Wir zählen uns den jetzt mal hier. Jetzt haben wir hier unseren Wolf. Wir brauchen einen Name Tag. Den nennen wir dann jetzt einfach mal hier. Den nennt man am besten einen Hund. Keine Ahnung. Wir nennen ihn mal Wuff. Wuff finde ich einen guten Namen. Wir brauchen jetzt noch hier ein wunderbares Schälchen für Wuff. Dann machen wir mal hier ein schönes Pink. Das ist ein schönes Pink. Das finde ich ganz gut. Dann haben wir jetzt hier. Dann nennen wir natürlich jetzt hier die Schale. Müssen wir jetzt umnennen. Ebenfalls auf Wuff. Dann müssen wir halt genauso schreiben wie den Name Tag. Und dann nennen wir jetzt Wuff halt so Wuff. Und packen ihm hier seine Schale hin. Und das ist nochmal wirklich absolut mega genial. Dass das Tier und die Schale jetzt hier Wuff heißen. Und das heißt, der Hund frisst natürlich auch nur aus seiner Schale. Das heißt, wenn wir jetzt hier was an Essen reinpacken. Und den Hund jetzt mal hier schlagen. Wird er jetzt, um sich zu heilen. Mal kurz ein bisschen mehr schlagen. Packen wir mal vielleicht ein bisschen mehr Fresschen hier rein. Wird er jetzt hier vorne hinlaufen. Zu seiner Schale. Und ich glaube, man sieht das ganz gut. Wird er dort wieder was essen. Oh, man sieht das hier. Hat er gerade mal ein bisschen was genascht. Ist wirklich mega cool. Und so wird der Hund halt immer weiter ein bisschen aufgefüllt. Und so wird der Hund halt immer weiter geheilt. Ist es auf jeden Fall mega cool hier. Dass es hier so eine wunderbare Funktion gibt. So. Jetzt kommen wir aber eigentlich zu den richtig krassen Features dieser Mod. Und zwar ist das die Befehle. Und zwar ist es so, dass ihr mit der Taste U eurem Hund Befehle geben könnt. Da Taste U jetzt nicht funktioniert. Weil die schon belegt ist hier bei mir in dem Modpack hier. Habe ich das ganz mal auf M gelegt. Das heißt, wenn ich jetzt auf die entsprechende Taste drücke. Wir nehmen mal kurz hier die Goldblöcke in die Hand. Und drücken Zielen auf die Kiste. Drücken M. Unser Hund kommt. Holt die Items. Und packt sie für uns in die Kiste. Und das ist ja wirklich mega gut gemacht, wie ich finde. Jetzt können wir nämlich hier die Sachen dahin packen. Und man sieht das glaube ich immer ganz gut. Wie er die Sachen wirklich immer auch in seinem Mund drin hat. Das ist einfach nur unglaublich geil gemacht. Und der Hund, der ist auch gar nicht so dumm. Das heißt, er nimmt auch immer einen relativ intelligenten Weg. Das heißt, wenn wir jetzt mal hier vorne haben wir jetzt hier einmal diese Brücke hier. Und das Wasser. Wenn wir jetzt hier auf die Kiste zielen. Und ihm sagen, er soll das bitte wegpacken. Das heißt, er läuft dann auch wirklich hier über diese Brücke drüber. Aber es ist einfach nur cool, wie das hier von der Künstliche Intelligenz gemacht wurde. Dass er nicht ins Wasser läuft. Auch wenn jetzt hier Lava ist oder so. Läuft drumherum. Er nimmt immer den schlauesten und schnellsten Weg. Und das ist einfach nur absolut genial, diese Mod. So, wir setzen gerade mal den guten Wuff hier hin. Denn Leute. Das war es mit diesem etwas kürzeren Video heute mal hier. Wie gesagt, wir haben Corona-Ferien. Ich versuche immer regelmäßige Videos zu machen. Das klappt nicht immer ganz. Eigentlich sollte gestern ein Video kommen zu Corona. Aber die Mod hatte ich geklappt. Deswegen heute halt dieses Video hier etwas kürzer. Aber ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Ansonsten hoffe ich euch. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass das Video euch gefallen hat. Ihr solltet unbedingt diesen Kanal abonnieren, um mich zu unterstützen. Lasst ein Like da. Kommentar nicht vergessen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss.